Hallo zusammen, wir sind hier am Zürich Openair für Blick und machen die ultimative Pärchen-Challenge. Ob sich Christina und ich auch ohne Wurf verstehen, das testen wir jetzt gerade. Denn da ist es so laut, dass man sich wirklich fast nicht versteht. Ob das wir oder andere Pärchen können, das sehen wir jetzt gerade. Die Challenge geht folgendermassen. Ich habe hier ein paar Zettel mit ein paar Openair-Wörtern. Janos hat Kopfhörer an und dass er mich definitiv nicht gehört, haben wir uns noch ein paar besorgt, dass er nichts gehört. Also Schatz, Kopfhörer rein, Musik läuft. Wir haben hier ganz viele Wörter und in einer Minute muss Janos so viel wie möglich raten. Wir fangen an. Musik. Musik. Bühne. Musik. Buse. Musik. Ja. Wow. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Sonnencreme. Schulklasse. Sonnencreme. 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 Ja. Zeltplatz. Zeltplatz. Ja. Ich musste nicht gerade schreien. Kondom. 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 Banditsch. Was? Kondom. Das erste Wort. Kondom. Kondom. Gummistiefel. Dunstigfalle. Gummistiefel. Gummistiefel. Stiefel. Gummistiefel. 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 Gummistiefel? Ja. Ich glaube wir waren gar nicht so schlecht. Fünf haben wir erraten. Jetzt werden wir sehen, wie das bei anderen Pälen so aussieht, ob sie das auch schaffen. Drei, zwei, eins, und go. Gummistiefel Gummistiefel Das ist gut Suff Suff Okay, open air Open air Bühne 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 Glattbrück Glatt Glatt Brück Schatz Schatz WTF? Sonnencreme 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 Creme Sonnencreme Die Zeit ist fertig Wir haben eins mehr aus mir Nicht schlecht Sehr gut 3 2 1 Und go Musik Muschi Musik Das ist ganz klar ein Muschi 100%ig Kendrick Lamar Hebt deine Klappe Kendrick Lamar Kendrick Lamar Nächste Worte Kondom Fotztum Kondom Fotztruf On Time Wir sind so froh, dass wir uns kennengelernt haben Wir sind die Einzigen, die uns nicht geschlagen haben Ja, wir wurden zwar geschlagen Aber Wir waren definitiv nicht die schlechtesten Es hat mega viel Spass gemacht Und jetzt gehen wir definitiv noch 1-2 Ecke zu schauen